Ich will nur kurz was sagen. Ich bin El Minion und wir fahren heute mit meinen Minion-Freunden. Genau das. Wir fahren heute wieder eine Runde. Sören ist auch wieder dabei, nach dem kurzen paar Tage Ab... Ab... wie heißt das? Abknäcker. Abstecher. Abstecher nach Spanien ist er wieder in Amerika. Deswegen können wir jetzt losfahren einfach, oder? Können Sie einfach losfahren? Ey! Entschuldigung. Dein Kennzeichen, Alter, ist zu lang. Ja, der f***t auch ab. Ich mach den einfach ab. Genauso wie meine Spiegel. Die LED ist hinten. Oh mein Gott, die sind lila. Die kann ich noch von der Farbe umstellen, glaube ich. Ey, lass die doch mal durch. I am friendly! Mit dummen, asozialen Deutschen. Was ist jetzt los? In Deutschland geht man auch über die Ampel. Aber wo gibt's hier eine Ampel auf dieser Straße, Joy? Hä? Wir sind über eine Ampel gefahren. Schmeckt selber, oder? Mann, er will doch eine Ampel. Also, entweder du splinter bei dir. Ja, und hier? Und hier? Und hier? Und hier? Und hier? Ja, wer ist der? Ist der hier über die Straße gegangen oder wo? Wo ist hier eine Ampel, hä? Moritz, wo ist der über die Straße gegangen? Nicht hier! Also, wenn ein Eichhörnchen sprechen könnte, dann würde sich das genauso anhören, wie wenn Joy ausrastet. Take a look at my boy hall. She's the only bro I got. Da, 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 da. Mann, mach doch mal deine Griffel hier weg. Was? Deine Griffel hier weg. Meine Griffel? Ey, ich darf doch wohl Gas geben. Gib doch bei dir selber Gas. Ich tu nur so, ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Hallo? Lass mich nur mal anfassen. Ich geb kein Gas, okay? Vertrau mir. Vertrau mir. Du brauchst dir kein Stück. Guck, ich mach nix. Guck mal, da liegt wieder irgendein Vogel oder ein Dino oder so, rechts. Dino? Okay. Hä? Ich dachte, wir fahren vor, oder nicht, oder keine Ahnung? Ja, dachte ich auch. Nee, das ist illegal hier, das weißt du. Hallo, Polizei. Ein Eichhörnchen filtert durch den Straßenverkehr. Ey, Hörnchen. Komm, trau dich, komm hier hin, los. Ich hab Angst vor rückenden Hörnchen. Hier hin. Okay, ich komm, okay? Ja, komm. Aber bitte benutzt keine Spezialattacke. Ja, 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 ja. Das war meine Erdmännchenattacke. Okay. Junge, er ist der Beste. Er fährt einfach mit einem Bulldozer über die Straße. Ich wundere mich so ein bisschen, warum ich noch keinen Panzer auf den Straßen gesehen habe. Hi Astrid. Astrid Barbie Army. Können wir jetzt so euren so einen Zopf kaufen? Einen Pink? Lass uns zu McDonalds oder so. Kurz Burger weg, Snacks. Boah, boah, Digga, Joy, hast du das nicht gesehen? Doch, natürlich hab ich den gesehen. Hör auf, Sören. Du fährst jetzt durch den McDrive, sagst denen. Hey, mein Name ist Astrid, Barbie Army. Ich bin eine halbe Cheeseburger. Joy, du musst sagen. Hello, I'm an angry squirrel. I want the Shamrock. Oh, we are flip-flop. Yoga Maurice, du musst sagen. Hallo, ich bin verspickter. So unf*** ich. Hi, Mama. Dann gebe ich dir 50% auf deine Pommes dazu. Ja, wow. Hallo. Ähm, I'm Astrid Barbie Girl. Hashtag Stunt Girl. Can I please get a Quarter Pounder? Trage so eine Mädchensprache, wie sie das Bike findet. Das wollte ich machen. Ja, ja. Und dann trurk für sie. I like it pink. Und dann trurkst du. Und dann hol ich mal einen Scheiß raus. Dann ziehst du auch so dein Oberteil raus und zeigst dir deine boobs. Hallo. I don't want anything, actually. But if I make a wheelie for you, can I get a ride for free? How do you like my bike? The color. Okay, sie spricht kein Wort Englisch, glaube ich. S, good, no? Yes. It's his favorite color, you know, pink. Ah, yeah, pink. Pink? You know pink? Which color is it? Orange. Welche Farbe hat er? Sie sind farbenblind, einfach. Sie sind komplett farbenblind, Digger. Sie sind farbenblind und können kein Englisch. Sören? Sören? Die brauchst du nicht. Yeah, geil! Joy? So oder so? Das ist mir immer so fadischer, von Tag zu Tag. Lass mich? Alter, Karate-Kid. Ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag, ey! Ab in die Patsche! Alter, David! YouTuber und Motoblogger David Bost glänzt auf YouTube mit sexistischen Inhalten. Nein, das fängt immer erst mit einem richtig lustigen Satz an. Haha, ist das lustig? Sagte David Bost. Haha, ist das lustig? Sagen wir nicht. Dann auf YouTube glänzt. Das Auto ist so auffällig, der Auspuff laut. Doch Verständnis für andere Mitbürger ist nicht vorhanden. Hey, der Auspuff ist laut. Das ist ein Auspuff. Das ist auffällig. Auffällig sind auch seine YouTube-Videos. Schau, das ist wirklich lustig. Oh, 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 Bruder! Oh, was? Wie krass! Wie krass! Sieht man das? Guck mal, die Bippenstiche hier. Sieht man das? Sieht man das? Wirklich, die jucken so sehr. Sieht man die Scheiße? Kann bitte jetzt jemand Davids Bike ausmachen, wenn grün wird, während er seinen Fuß hinter seinem Nacken hängen hat? Kann man jemanden in den Rhein fahren, während er seinen Fuß hinter seinem Nacken hängt? Ich war gleich in dich rein, Alter. So ein Scherz. Äh, hoffe ich. War nur ein Scherz. You are out of my league. All the things that I need. Ja, hau drauf auf das, ey. Komm, das hat er verdient. Komm. Oh. Warum bin ich so verliebt? Das denke ich mir auch immer bei Anita. Oh, das ist so süß. Süß da denke ich. Alter, was geht denn jetzt mit Scheu ab? Oh, ich habe mich abgewirkt. Huch. Anita Maurice. Oh, shit, habe ich mich erschrocken. Alter. Ich will auch Wheelies können. Wie cool wäre das, jetzt einfach ein Wheelie zu holen. Und so Österreich. Ach guck mal, die kann jetzt noch grün sein. Das gibt es nicht. Hallo, es ist ein Minion. Hinter euch. Hinter euch. Hier, hallo. Ich kriege immer so ein Beschützerinstinkt, wenn ich die Stimme von Joy höre. Ich kriege immer so ein bisschen so ein Kinnitus, wenn ich die Stimme höre. Ich denke, Joy hat gar keine quietschige Stimme. Au, 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 au. Nur wenn sie zu El Minion wird. Doch, ich kann nur so reden. Bitte. Halt nur, dass Synchronsprecherin für Anilies werden müsste. Sandy von Spongebob. Ja, das ist echt Sandy. Hallo, Spongebob. Ja, das ist ultra gut. Hallo, Spongebob, ich bin Cindy aus Bikini Bottom. Boah, das ist ultra gut. Das hört sich genau so an. Ja, ich finde es mega gut. Also, falls jemand noch Synchronsprecher für Anilies braucht... Was kann man denn auf Anime-Sprache sagen? Was ist das? Jetzt du, David? Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuh. Ich habe das noch nie gesagt. Das ist das erste Mal, dass ich gesagt habe. Du musst irgendwas so sagen wie... So, Naruto, so, dir liegt eine sehr schwierige Aufgabe. Aber gemeinsam werden wir das schaffen. Brauchst du das Ding? Du brauchst einfach auch Leute. Jaaaahhh. Jaaaahhh. Hahaha. Also, ich liebe Amerika. Was machst du? Ich liebe Amerika. Amerika. Du musst sagen, nutz dein Sharingan. Konzentrier dein Chakra. Nutz dein Sharingan. Alter, ich bin froh, wenn ich diesen Einsatz kann. Einfach so groß. Eine schwere Aufgabe, Naruto. Aber gemeinsam werden wir es schaffen. Geil. Und jetzt sag... Junge, join uns alle Fragen. Konzentrier dein Chakra und nutze dein Sharingan. Konzentriere dein Chakra und nutze dein Sharingan. Digger, das ist so gut. Ich find's wirklich richtig gut. Jetzt musst du nur noch fünf Sätze sagen. Sag mal eine Anime-Stimme, bitte. Verpiss dich, du... Verpiss dich, du dummer... Aha, that's my shit. No ding, na, that feels like this. You said, we run like this. Gonna stop the girl. Gonna feel like this. Cause I need a hardback girl. I need a hardback girl. Was denn? Es war schon wieder. Warum gehst du da hinten? Wegen der Haltelinie. Ich wollte nicht über der Haltelinie stehen. Das wäre doch so schnell. Warum steht die remove card quickly? Mach schnell raus. Mach schnell raus. Es war nicht schnell genug. Abgebrochen. Transaction canceled. Was ist das für ein Mist hier? Ja, du hast viel zu schnell rausgezogen. Nein, nein, du hast zu langsam rausgezogen. Da stand quickly. Remove card quickly, guck schon wieder. Weil die sich nicht drum kümmern, Jungen. Scheiße. David, willst du für mich mitholen? Was? Was? Weiß, Alter. Wisst ihr, wie man das nennt? Die Försterwände. Ja, als der Förster kommt. Sieht so geil aus, Alter. Der ist so hoch vorne. Das ist einfach ein Boot. Der sieht so geil aus. Guck mal, wie die wippen. Ich komm auf. Das ist einfach nur Liebe. Was ist das für mich? Was ist das für mich? Was ist das für mich? Let's go, Junge! Let's go! Einfach geil, Junge. Jetzt habt ihr so den Truckversist, oder Junge? Wunderfroh! Also, wie geil ist die Miami? So geil! Oh, Junge, hier! Oh, Junge! Was war das denn? Alter! Hä? Dafür ist die XC gut. Everybody, wanna be different, everybody! Wichtig! Oh, Baby! Boah, Alter! Oh, 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 oh! Das war so knapp. Der ist fast in der Mülltonne reingefahren. Quatsch! Und jetzt Coaster! Komm, Coaster, Coaster! Ja, Mann! Zeig, dass du ein kleiner Siki 2.0 Stöpsel bist. Oh, ja, Mann! Oh, Alter! Oh, ja, Mann! Oh, ja, Mann! Oh, ja, Mann! Was ist mit David los? Oh, Gott! Was ist mit David los? Oh, ja, Mann! Ja, Mann! Wie geht es? Ist doch mal auf, was wir? Oh, ja! Oh, ja, Mann! Oh, ja, Mann! Oh, ja, Mann!